Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die lassen sich nicht endgültig klären. Darunter auch die Fragen, was geschieht, wenn wir sterben? Gibt es ein Leben danach? Sterben tut absolut nicht weh. Ich bin davon überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. In irgendeiner Form werde ich als dieses Individuum weiterleben. Der Tod lässt sich leichter ertragen, wenn man nicht an das absolute Ende glaubt. Ich fühle meine Frau manchmal nach ihrem Tod. Auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit dem Sterben und dem Phänomen der Nahtoderfahrung. Ich glaube nicht, dass der verstorben Opa oder die verstorbene Oma im Jenseits auf einen wartet. Ich kann mir nur vorstellen, dass manches, was dort berichtet wird, gerade diese grellen Nichtempfindungen, mit einem Sauerstoffmangel des Gehirns zu tun haben könnten. Immer wieder berichten Menschen, die fast gestorben sind, von Erlebnissen, die wissenschaftlich nicht nachprüfbar sind. Ich war plötzlich von jetzt auf gleich weich an diesem besonderen Ort, den wir Himmel nennen. Ich fühlte mich warm und umfangen von Freundlichkeit. Vielleicht ist der Tod wirklich nur ein Übergang in einen anderen Zustand, in einen nichtkörperlichen Zustand. Die Angst vor dem Tod verliert Christine Stein bereits im Alter von 19 Jahren. Sie ist sich sicher, eine Nahtoderfahrung durchlebt zu haben. Am 22. April 2000 verunglückt die junge Frau auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Ihr Auto wird unter einem tonnenschweren LKW begraben. Also ich kann mich an den eigentlichen Zusammenstoß mit dem LKW daran, kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich ja an die Sekunden davor erinnern. Also ich weiß, welches Lied beispielsweise im Radio lief. Es war das Lied Killing Me Softly, was ja auch irgendwie passte zu dem, was danach geschah. Ja, und dann das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in dem Auto eingeklemmt lag. Und ja, es war einfach eine Hilflosigkeit. Also ich wusste in dem Moment, glaube ich, gar nicht, was passiert ist. Kaum einer der eintreffenden Rettungskräfte glaubt daran, unter den Trümmern Leben zu finden. Mehrere Stunden vergehen, bis Christine Stein schwer verletzt geborgen wird. Die ganze Zeit über, nee, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich um mein Leben kämpfen musste. Ich hatte keine Lebensangst. Ja, es war eine ganz, ganz, ja, schon angstvolle Situation, würde ich sagen. Ja, aber ich wusste sie nicht wirklich einzuordnen. Mit einem Rettungshubschrauber kommt die junge Frau in ein nahegelegenes Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz. Noch sind Ausmaß und Schwere der Verletzungen unklar. In größter Eile werden Untersuchungen vorgenommen und Röntgenbilder erstellt. Das Leben der Patientin steht auf dem Spiel. Die Diagnose verlangt den Ärzten beinahe Unmögliches ab. Nachdem ich dann mit dem Hubschrauber im Krankenhaus angekommen war, haben die Ärzte eine Vielzahl an lebensbedrohlichen Verletzungen festgestellt. Ja, angefangen von Hirnquetschungen, Hirnblutungen. Dann war das Felsenbein gebrochen. Das ist ein Knochen, ja, über dem Ohr, ein Schädelknochen. Mein Augennerv war gelähmt. Mein Schlüsselbein war gebrochen. So wie acht Rippen, die waren auch gebrochen. Meine Milz war gerissen, die Lunge war gerissen, mein Becken war gebrochen. Und ja, die schlimmste Verletzung war die, dass die Hauptschlagader am Herzen die Aorta gerissen war. Und somit, ja, drohte ich unter anderem wegen dieser Verletzung innerlich zu verbluten. Zehn Stunden lang kämpfen die Chirurgen am Operationstisch gegen die Zeit. Nicht alle Verletzungen können gleichzeitig behandelt werden. Als erstes gilt es, die schwer beschädigten Organe zu versorgen. Durch den Riss der Aorta droht die damals 19-Jährige innerlich zu verbluten. Doch sie hat großes Glück. Sie überlebt den schweren Unfall und verbringt die Wochen nach der Operation in einem künstlichen Koma. Während dieser Zeit verschlechtert sich ihr Zustand. Ein Pastor erteilt ihr sogar schon die letzte Ölung. Heute sagt Christine Stein, dass sie damals die ganze Zeit wusste, dass sie nicht sterben wird. Drei Wochen bleibt die junge Frau im Krankenhaus. Sie ist erst wenige Tage zu Hause, als ihre Aorta erneut aufreißt. Diesmal ist die Situation noch ernster als zuvor. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, oh je, was kommt jetzt? Und war total traurig. Ich weiß auch, dass ich geweint habe, weil ich einfach Angst hatte vor dem, was jetzt kommen würde. Ich meine, eine OP ist immer gefährlich. Es ist schlimm, wenn ich mich daran erinnere, weil ich mich erinnern kann. Wie ich eben durch den Flur geschoben wurde und meine Angehörigen standen da und haben mir auch noch zugewunken. In dem Moment wusste ich nicht, ob ich ihnen vielleicht doch zum letzten Mal zuwinke, obwohl ich keine wirkliche Angst hatte zu sterben oder nicht an den Tod gedacht habe. Ja, während der Operation hat mein Herz aufgehört zu schlagen für 23 Minuten. Also es hat 23 Minuten gedauert, bis die Ärzte mich wieder zurückholen konnten. Ja, und in dieser Zeit, in diesen 23 Minuten, bin ich aus meinem Körper ausgetreten und hatte eine sogenannte Nahtoderfahrung. Von einer Nahtoderfahrung spricht man, wenn Menschen während eines für sie lebensbedrohlichen Zustandes glauben, Dinge gesehen und gehört zu haben, die wissenschaftlich nicht zu erklären sind. Sind die Nahtoderfahrungen nichts anderes als neurobiologisch erklärbare Prozesse, die im Gehirn ablaufen? Fantasien, die durch chemische oder physikalische Reaktionen im Körper ausgelöst wurden? Ich war plötzlich von jetzt auf gleich, war ich an diesem besonderen Ort, den wir Himmel nennen, habe Verstorbene getroffen und als ich dort ankam, habe ich zuallererst meine Großeltern mütterlicherseits gesehen. Komischerweise wusste ich sofort, dass es der Himmel war, denn ich habe ja meine Großeltern erkannt, obwohl ich sie hier auf der Erde zuvor nie lebend gesehen habe. Ich habe als Kind immer daran geglaubt, oder ich wurde auch so erzogen, dass die Verstorbenen in den Himmel kommen. Welcher Ort sollte es sonst sein, an dem ich auch Verstorbene treffe? Die beiden kamen auf mich zu, haben mich mit meinem Namen begrüßt und haben mich dann durch ihr Reich, so wie sie es nannten, geführt und mir alles gezeigt. Und von dort aus, also von einem Punkt, wohin sie mich geführt hatten, hatte ich auch die Möglichkeit, hinunterzuschauen auf die Erde. Und ich hatte sehr schnell herausgefunden, ich musste nur an eine bestimmte Person oder Personinnen denken. Und genau auf diese Person konnte ich dann hinunterschauen. Ja, in dieser Situation war es natürlich meine Familie, meine Angehörigen. Gibt es eine Seele? Und was passiert mit ihr, wenn wir sterben? Auf diese Frage sucht auch Professor Markhoff-Niemz eine Antwort. Ich denke, dass das Leben mit dem Tode zu Ende geht, dass die Persönlichkeit den Tod nicht überdauern wird. Aber nach den vielen Berichten, die ich selber gelesen habe und auch mit Menschen darüber gesprochen habe, denke ich, dass etwas von uns bleibt. Und das, was da bleibt, das nenne ich die Seele. Die Seele ist im Grunde das, was wir im Laufe unseres Lebens gelernt haben, erfahren haben. Unser Wissen, unsere Erfahrungen, aber auch, sagen wir mal, unsere Liebe, unsere Gefühle, die, denke ich, sind unsterblich. Auch Robert Bartscher ist sich sicher, eine Nahtoderfahrung erlebt zu haben. Im Alter von 13 Jahren gerät er in eine lebensbedrohliche Situation. Ich möchte das Erlebnis nicht missen, aber ich muss es nicht unbedingt haben, nochmal. Also ich habe keine Sehnsucht nach diesem Erlebnis. Ich weiß, dass es ja wiederkommt. Irgendwann mal kommt es. Und das reicht mir aus. Also diese Zuversicht reicht mir aus. Gemeinsam mit seinen Eltern und den beiden Brüdern lebt Robert Bartscher Mitte der 70er Jahre in der Nähe von Stuttgart. Jahrelang verheimlicht er seine Erlebnisse im Angesicht des Todes vor seinen Eltern und Freunden. Das Erlebnis zum ersten Mal verbalisiert habe ich viele Jahre später erst. Also bestimmt über zehn Jahre später. Das war für mich sehr schwierig, das klarzumachen, was ich da erlebt hatte. Mit zwölf Jahren, glaube ich, auch allgemein sehr schwierig. Es ist der 24. April 1976. Gemeinsam mit seinen Brüdern badet Robert Bartscher. Die Teenager haben Spaß bei diesem wöchentlichen Ritual. Damals in den 70er Jahren, als ich noch Kind war, war es üblich, dass man einmal eine Woche einen Badetag hatte. Und wir waren drei Brüder und das war der allwöchentliche Samstag. Und an diesem Samstag sind wir alle drei in die Badewanne. Robert Bartscher bleibt noch im Wasser, während sein ein Jahr älterer Bruder sich abtrocknet und neben der Badewanne beginnt, sich die Haare zu föhnen. Weil es ihm so gut gefiel und weil damals Rod Stewart sehr hip war, hat er sich auf den Badewannenrand gesetzt, den Föhn sich vor die Nase gehalten und I am sailing von Rod Stewart gesungen. Daran erinnert mich noch sehr gut. In dem Moment habe ich mich auch nach vorne gebeugt. Ich wollte, glaube ich, Wasser nachlaufen lassen in die Badewanne. Und in diesem Moment, wo ich mich nach vorne beuge, hat er wohl wie der Hand den Föhn mehr zu sich hingezogen. Und die Strippe war wohl zu kurz vorm Föhn. Und ich rutschte ihm aus der Hand und der Föhn ist in die Badewanne gefallen. Seine Muskeln verkrampfen sich innerhalb von hundertstel Sekunden und sein Körper beginnt unkontrolliert zu zucken. Ich habe also nicht gesehen, dass der Föhn in die Badewanne fällt. Und das Einzige, was ich gemerkt habe, ist natürlich die Stromschläge. Damals gab es auch noch keine FI-Schalter oder dergleichen. Also ich stand offensichtlich voll unter Strom. Sie müssen sich vorstellen, von einer Sekunde auf die nächste werden sie durchzogen von Stromschlägen. Ich wusste ja nicht, dass das Stromschläge sind. Also das war so ein kurzer Augenblick, in dem ich so, also starke, also körperlich sehr, sehr stark empfunden habe, ganz klar. Und das ging aber dann sehr schnell über in einen anderen Zustand. Der 13-Jährige hat das Gefühl, mit hoher Geschwindigkeit auf ein weißes Licht zuzurasen. Dieser Zustand lässt sich am ehesten beschreiben mit einem auf jeden Fall nicht körperlichen Zustand. Das ist ein außerordentlich erst mal sehr angenehmes, sehr ruhiges, fast losgelöstes, schwebendes Gefühl. Und daraufhin dann die Begegnung mit dem Licht. Also ein Licht, was mich total durchdringt. Was am ehesten zu beschreiben ist mit Liebe, wie eine totale universelle Liebe, die mich durchdringt. Ich aber gleichzeitig die Möglichkeit habe, mit dem Licht zu kommunizieren. Und es ist auch eine Form von Kommunikation, die wir nicht kennen als Menschen. Das ist keine Sprache, sondern es ist einfach ein Verstehen, so würde ich es am ehesten benennen. Dieses Licht beinhaltet alles, was man sich vorstellen kann, vor allem an Liebe. Also dieses universelle Gefühl der Liebe kam extrem stark, hat wie überflutet, kann man sagen. Sehr angenehm. Die objektive Situation scheint sehr unangenehm zu sein, aber für mich war das außerordentlich angenehm. Also ein solches Gefühl erlebt man sonst irdisch nicht. Und für mich war das ausgesprochen angenehm. Ich wollte dort nicht mehr raus. Für mich war klar, ich möchte hier bleiben. Der Orthopäde Prof. Walter van Laak beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit dem Thema Nahtod und Jenseits. Er weiß, dass der Glaube an ein Leben danach Trost spendet. Nicht alle trauern ja gleich um Verstorbene. Gehen sie in andere Kulturen, da werden sogar teilweise Freudenfeste veranstaltet, ohne dass man deswegen dem irgendetwas will. Also nicht, weil er gegangen ist, sondern weil man davon überzeugt ist, dass es irgendeine andere Form des Weiterlebens gibt nach dem Tod. Wir in unserer Welt trauern nur, weil man uns seit 150 Jahren, Pi mal Daumen, eingeredet hat, dass der Tod das absolute Ende ist. Und es heute leider auch noch so dem Zeitgeist entspricht. Und deswegen ist natürlich für viele Menschen eine hohe Verunsicherung da. Und diese Verunsicherung führt dazu, dass wir so trauern, wie wir trauern. Robert Bartscher gerät im Alter von 13 Jahren in eine lebensbedrohliche Situation. Noch heute erinnert er sich detailliert an das Unglück. Er ist davon überzeugt, dass er im Zustand der Bewusstlosigkeit Licht gesehen hat. Bilder, die Jahrzehnte später auch noch präsent sind. Realität oder Fantasie? Niemand weiß, was in Robert Bartschers Körper passierte, als er in der Badewanne einen Stromschlag erleidet. Er selbst glaubt fest an eine Nahtoderfahrung. Sie haben nur zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Sie bleiben, dann bleiben Sie vielleicht im Licht. Ich weiß ja nicht, was danach passiert. Ob das Licht immer ist, also ob der Tod Licht bedeutet. Für mich, in meiner Erfahrung würde ich sagen, der Tod bedeutet Licht. Aber ich war ja, ich bin ja im Leben zurück. Das heißt, ich kann nicht genau sagen, ob der Tod wirklich genau so ist. Ich war ja nur nah dran. Was ich also sagen kann, ist, dass der Übergang in den Tod so aussieht. Und es mir die Zuversicht gibt, dass der Tod vielleicht auch so aussieht. Dann wäre das sehr angenehm. In diesem Moment hatte ich zwei Chancen. Ich bleibe im Licht, in diesem sehr, sehr angenehmen Zustand. Oder ich gehe zurück ins Leben. Mehr gibt es nicht. Es gibt kein Dazwischen. Kritiker betrachten Nahtoderlebnisse als reine Körperfunktionen, die nur dann stattfinden können, wenn das Gehirn zumindest noch Restfunktionen hat. Theorien von Halluzinationen durch einen hohen Kohlendioxidgehalt im Blut bieten Interpretationsspielraum. Ich glaube, dass jeder Tod schön ist. Das, was wir als nicht schön erleben, ist die Phase, in der noch der Widerstand da ist. Also der Überlebenstrieb noch da ist. Und dann scheint es erst mal so zu sagen, nicht schön zu sein. Also ein bestimmter Unfall ist vielleicht dramatischer und scheint schmerzhafter zu sein, als wenn man einfach nur einschläft und stirbt. Ich glaube, und das hatte ich auch erlebt in meinem Nahtoderlebnis, dass es eben bis zum gewissen Punkt der Widerstand da ist. Und wenn man den Widerstand loslässt, dass in diesem Moment, in dem ich den Widerstand loslasse, dass es dann egal ist, in welcher Situation ich bin. In welcher Todessituation ich bin. Das spielt keine Rolle. Es ist schwierig, ob ein Tod schön sein kann, aber tröstlich wäre es sicherlich zu wissen, man hat sein Leben erfüllt gelebt, hat die Aufgaben, die man sich gestellt hat, abgearbeitet, erledigt und ist mit sich selber und der Welt im Reinen. Und wenn es dann noch so ist, dass man nicht leiden muss, wäre das sicherlich eine angenehme Variante. Vor zwei Jahren starb Reinhold Eichingers Frau Monika an Krebs. Seit dem Tod meiner Frau habe ich keine Angst mehr. Vielleicht vor den Umständen des Todes. Keiner möchte keine Schmerzen erleiden, das schon. Aber vor dem Tod als solchem nicht mehr. Da bin ich, seitdem ich persönlich das erleben durfte, bin ich überzeugt, dass es danach weitergeht. Dass es dieses Jenseits, das ja in das Diesseits hereinreicht, gibt und das daran das Leben fortdauert. Der Finanzbeamte fühlt seitdem eine starke Nähe, fast schon eine körperliche Anwesenheit seiner verstorbenen Frau. Der 52-Jährige weiß selbst, dass es dafür keine wissenschaftliche Erklärung gibt. Aber das starke Gefühl hilft ihm in seiner Trauer. Wenige Tage nach Monikas Tod erhält Reinhold Eichinger eine Nachricht, die sein Weltbild verändert. Ich fühle meine Frau manchmal nach ihrem Tod. Und das Gefühl ist manchmal unbeschreiblich intensiv. Sie starb in Essen in einem Krankenhaus. Und als sie gestorben war, betete ich darum, inbünstig ein Zeichen zu bekommen, dass sie lebt, wie es ihr geht. Und zwei Tage später rief eine Freundin von uns an und sagte uns, meine Frau hätte zu ihr gesprochen. Und ich war natürlich erst erstaunt. Und dann stellte sich heraus, sie hatte die Stimme meiner Frau fast auf die Minute genau im Zeitpunkt ihres Todes gehört, wusste aber nicht, dass meine Frau da starb. Und die Stimme war eindeutig zu erkennen, klang ganz erstaunt, überrascht, so wie ein Mensch klingt, der etwas nicht erwartet. Und sagte, ist das schön hier? Wenn ich doch gewusst hätte, wie schön das hier ist, und dann brach die Stimme ab. Und ich glaube, man muss diesen Satz ergänzen, dann hätte ich nicht solche Angst gehabt. Schloss Benrath bei Düsseldorf hat eine besondere Bedeutung für Reinhold Eichinger. Früher spazierte das Ehepaar hier regelmäßig gemeinsam entlang. In dem angrenzenden Park fühlte er sich seiner Frau besonders nahe. Sie hat an ein Leben nach dem Tod geglaubt. Sie war Christin und hat viele theologische Bücher gelesen. Und wir beide gingen in die Kirche. Und ich war vorher auch überzeugt, aber mehr so, na ja, aus dem Glauben heraus, nicht aus der Erfahrung, aus der persönlichen Erfahrung. Nicht selten werden Hinterbliebene durch einen sogenannten Nachtodkontakt emotional wie spirituell stark beeinflusst. Die Erfahrung erweist sich in der Regel als tröstlich und hilft bei der Bewältigung von Trauer. Wir haben relativ wenig darüber gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Und ich glaube, sie hat sich etwas vorgemacht, wollte es nicht wahrhaben. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich muss tatsächlich sagen, bis zur Minute ihres Todes habe ich diesen Gedanken von mir geschoben. Und ich war vollkommen überrascht, als der Arzt zu mir sagte, Ihre Frau stirbt jetzt. Ich war aus Zeit am Himmel getroffen. Das Nicht-Wahrhaben-Wollen hat das Ehepaar Eichinger unfähig gemacht, über den bevorstehenden Tod zu sprechen. Vielen fällt es schwer, in der Zeit des Abschiednehmens die richtigen Worte zu finden. Eine halbe Stunde bevor sie starb, sagte sie, und das ist mir sehr nahe gegangen, im Nachhinein sehr nahe gegangen, sagte sie, lass uns jetzt gehen. Lass uns beide jetzt gehen. Und das habe ich in dem Moment bezogen auf die augenblickliche Situation. Ich sagte dann zurück, Monika, wir können jetzt nicht gehen, du kannst nicht aufstehen, denn sie war natürlich immer es furchtbar entkräftet. Und im Nachhinein habe ich das für mich so verstanden und gedeutet, dass sie meinte, oder vielleicht damit andeuten wollte, ich gehe jetzt in eine andere Dimension, ins sogenannte Jenseits. Und ich fand es wunderbar und ergreifend, dass sie mich damit einbezogen und sagte, lass uns jetzt gehen. Nach einem schweren Autounfall rettet eine Notoperation Christine Stein das Leben. Zu den schweren Verletzungen gehören der Riss von Lunge, Milz und Aorta. Fünf Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhaus reißt ihre Aorta wieder auf. Christine bezeichnet ein Erlebnis während der erneuten Operation als Nahtoderfahrung. Komischerweise trug ich keine Schuhe, aber im ersten Moment war es nur komisch oder ich habe es nicht verstanden im ersten Moment. Aber dann wusste ich, warum niemand dort Schuhe trägt. Denn der Boden, worauf man sich fortbewegte, der war so weich und hört sich vielleicht ein bisschen kindig an, aber der war watteähnlich. So wie man sich das auch als Kind vorstellt, so im Himmel, die Bölkchen mit Watte. Also er war so ähnlich. Es gab Häuser da oder Gebäude. Das weiß ich aus meiner Erinnerung. Aber ich kann diese Häuser nicht mehr genau beschreiben. Das weiß ich nicht. Aber es gab zum Beispiel auch Straßen. Die gab es da auch. Ich habe aber keine Fahrzeuge gesehen. Aber ja, dort war alles von den Farben her viel, viel heller gehalten als hier. Also dort waren die Straßen nicht teergrau, sondern die waren ganz, ganz hellgrau. Also es schien alles schon viel, viel freundlicher vom Bild her und von den Farben her. Für die Gefühle der Glückseligkeit und Ruhe bei einem sogenannten Nahtoderlebnis wird die körpereigene Opiatausschüttung bei starken Schmerzzuständen verantwortlich gemacht. Ich habe keinen Gott gesehen. Ich habe keine höhere Macht gesehen. Aber ich glaube schon, dass ich dieser höhere Macht, also ich bin gläubig, ich glaube an Gott, dass ich ihr schon näher war. Das Gefühl hatte ich schon. Aber ich habe jetzt keine Gestalt gesehen, an der ich das festmachen konnte. Hattest du zu dem Zeitpunkt, als du da warst, das Gefühl, dass du gerne da bleiben würdest? Ja, jein. Also ich wäre gerne länger da geblieben für diesen Moment. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich ja zum ersten Mal meine Großeltern getroffen habe. Die habe ich vorher nie kennengelernt. Immer nur von Erzählungen kannte ich sie und von Bildern. Und ja, ich hätte total gerne noch viel, viel mehr Zeit mit ihnen verbracht, ihnen ganz viele Fragen gestellt, sie einfach persönlich kennengelernt. Ja, da war ich schon traurig, dann wieder gehen zu müssen. Denn meine Großeltern haben mich ja wieder zurückgeschickt. Viele Betroffene, die ein Nahtoderlebnis beschreiben, berichten von mehreren unterschiedlichen Phasen. Lichtempfindungen, Lebensfilm, Gefühle von Glück und Liebe und das Erleben des Austretens aus dem eigenen Körper. Die Erfahrungen ähneln sich. Ich habe mich auch selber sehen können. Ich habe mich auf dem OP-Tisch liegen sehen. Also es war so, dass die Ärzte haben irgendwann, also ich konnte ja auch nach unten schauen. Und kurz bevor meine Großeltern sich dann von mir verabschiedet haben, ja, habe ich auf meinen Körper hinunterschauen können. Habe die Ärzte oder die Chirurgen wahrnehmen können, was sie gesprochen haben. Sie haben gesagt, jawohl, sich haftest, wir haben die Kleine wieder. Ja, und dann haben sich die Großeltern von mir verabschiedet mit einem Kuss auf die Stirn. Der hat gesagt, ja, erfüll deine Aufgabe. Wir sehen uns in vielen, vielen Jahren wieder. Ja, und dann weiß ich, dass ich geweint habe auch. Ja, und das konnten mir auch die Chirurgen bestätigen, dass ich während der Operation geweint habe. Ja, und dann weiß ich, dass ich im Aufwachraum wieder zu mir kam und dass es mir fürchterlich kalt war, dass ich gezittert habe. Ja, und als ich die Augen aufgemacht habe, weiß ich, oder habe ich sofort die Bilder vor Augen gehabt, die ich kurz zuvor erlebt habe. Es gibt Menschen, die zum Beispiel ja wahrnehmen, wie ihre Wiederbelebungsmaßnahmen verlaufen. Das ist etwas, was sie sicherlich nicht nachvollziehen können, wenn sie selber wiederbelebt werden. Es gibt Menschen, die während dieser Wiederbelebungsphasen genau erkennen können, welche, sagen wir mal, Instrumente, Gereitschaften, in welcher Reihenfolge benutzt worden sind. Welche Personen drumherum standen und was solche Personen sagten. Das ist etwas, was man nicht nachvollziehen kann. Das ist verifizierbar. Und es gibt auch Nahtoderfahrungen, wo Menschen eine Außerkörperlichkeit hatten, die sie in einen anderen Raum, in eine andere Umgebung führten, wo sie Dinge erkennen konnten, beispielsweise, die man zu diesem Zeitpunkt gar nicht hätte wissen können, aber die sie erzählt und erklärt haben und die dann natürlich nachprüfbar waren. Das ist etwas, was vorkommt. Und anhand solcher Sachen können wir selbstverständlich den Schluss ziehen, hier hat es sich um ein reales Erlebnis oder eine reale Erfahrung gehandelt. Christine Stein hat ihr Nahtoderlebnis aufgeschrieben. Ihr Buch Like an Angel, Einmal Himmel und Zurück erscheint in ihrem eigenen Verlag. Mit ihrer ganz persönlichen Geschichte möchte sie anderen Menschen Mut machen, denn oft trauen sich Betroffene nicht, über ihr Erlebnis zu sprechen, aus Angst für verrückt gehalten zu werden. Christine Stein hilft der Glaube an ein Jenseits dabei, ihren traumatischen Autounfall zu verarbeiten. In dem Buch stehen 20 Jahre von meinem Leben drin. Also, über die Hälfte meines Lebens steht hier drin. und das, was ganz, ganz ja, intim ist, würde ich sagen. Und ja, das ist meins. Entschuldigung. Der Orthopäde und Sterbeforscher Professor Walter von Laag bemüht sich seit vielen Jahren um die wissenschaftliche Anerkennung dieses höchst sensiblen Themas und stößt immer wieder auf Kritik bei Kollegen. Sie glauben gar nicht, wie große Schwierigkeiten bestehen in der Ärzteschaft, auch in seriösen Blättern, eine seriöse Abhandlung zu Nahtoderfahrungen unterzubringen, weil man uns unterstellt, es wäre reine Esoterik. Das ist Unsinn, aber es ist leider Tatsache. Und dann kommen viele Ärzte hintenrum zu mir und sagen, wissen Sie was, es ist toll, dass Sie darüber sprechen, es ist toll, dass Sie sich damit beschäftigen und ich habe auch mal eine Erfahrung gehabt. Ich traue mich aber nicht, sie einem zu erzählen. Man glaubt es gar nicht, aber es ist so, man wird sehr schnell in das Reich der Verrückten eingeteilt und man empfiehlt eine psychiatrische Behandlung, insbesondere Ärzten und das ist leider ein Problem. Im Leben von Inga Orlovsky geht es immer schon um Siege, sportliche Erfolge. Erst auf dem Fußballfeld, später bei den Paralympics. 2001 trägt sie ihren schwersten Wettkampf aus, nicht auf dem Sportplatz, sondern auf der Intensivstation. Ich hatte 98 einen Kreuzbandriss, eigentlich eine normale Sache, danach ist irgendwie alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Bin ich über 35 Mal am Bein operiert worden, weil es steif war, ich es nicht richtig bewegen konnte und 2001 habe ich im Nachgang zu einer Operation eine Urosepsis mit Multiorganfassagen bekommen, was eine ziemlich schwerwiegende Erkrankung ist, wo ich auch im Koma lag und das Leben wirklich auf Messerschneide stand und da hatte ich eben eine besondere Erfahrung, die mein Leben doch ziemlich geprägt und verändert hat. Aufgrund der schweren Blutvergiftung drohen die Organe der jungen Frau zu versagen. Die Ärzte versetzen sie in ein künstliches Koma. Eltern und Geschwister bangen auf der Intensivstation zehn Tage lang um das Leben von Inga Orlovsky. Der damals 24-Jährigen wird erst viel später bewusst, wie nah sie an der Schwelle zum Tod gestanden hat. Es ist wohl nicht selbstverständlich, dass man sich an so viele Sachen erinnern kann. Das sicherlich prägendste Ereignis ist, dass ich wusste, dass ich nur noch einmal ein- und ausatmen muss und dass ich dann eben sterbe. Und es war auch völlig angstfrei, also ein ganz leichter Übergang. Ich hatte geträumt, dass ich eine Freundin da am Bett sitzen habe, die Sterbebegleitung macht und ich war eben auch so weit, jetzt einmal tief einzuatmen und auszuatmen und dann kam aber ein Pfleger, also das habe ich alles geträumt, der gesagt hat, Mensch, bei mir sind in dieser Schicht schon drei Leute gestorben und es wäre nett, wenn du noch mal warten könntest, war irgendwie schon kein so toller Tag. Naja, und da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt auch nicht so eilig, kann ich gerne machen, sag Bescheid, wann du gehst und dann, naja, und dann endet dieser Traum, ich habe nicht tief eingeatmet und ausgeatmet und dann habe ich einen anderen Traum gehabt, dass ich gesagt habe, ich liege im Aufwachraum, was ja auch ungefähr mit den ganzen Apparaten in der Intensivstation vergleichbar ist und fünf Kinder einer Familie sind operiert worden, alle fünf waren schwere Operationen, einer ist fast auf dem Operationstisch gestorben, die sind alle zufällig neben mir ins Bett gelegt worden und sind dann aufgewacht, aufgestanden und rausgegangen und das fand ich irgendwie toll und habe mir das fünftmal angesehen und nach dem fünften habe ich dann gesagt, Mensch, das kann ich auch und ich bin mir eben sicher, dass dieser Grad so knapp war, dass ich wirklich, wenn ich einmal ein- und ausgeatmet hätte, nicht mehr da gewesen wäre und dass dieser Schritt, das kann ich auch, heute eben dazu geführt hat, dass ich hinaus sitze. Ohne dieses Erlebnis im Koma, so ist sich Inga sicher, hätte sie den weiteren Leidensweg nicht überlebt. Das Knie bereitet ihr nach wie vor unerträgliche Schmerzen, sie nimmt Morphium. 2009 entscheidet sie sich für eine Amputation. Sie will leben ohne Qualen. Das waren einfach so tiefgehende Erfahrungen, dass ich wusste, das ist jetzt nicht so ein verrückter, durchgeknallter Aufwach-Koma-Traum, sondern es war wirklich was und es war eben auch was ganz Wesentliches und das trage ich bis heute positiv in mir und mit mir rum. Als Amtsanwältin für die Staatsanwaltschaft in Lübeck ist sie auf Lebenszeit verbeamtet und wenn sie nicht gerade für einen Wettkampf trainiert, steht auch in ihrer Freizeit der Sport an erster Stelle. Das Geheimrezept für ihren Erfolg trotz aller gesundheitlichen Rückschläge der vergangenen zehn Jahre Willensstärke, Ehrgeiz und sehr viel Fleiß. Aber eine, die lösbar ist für ein Energiebündel wie Inga Orlowski. Ich genieße das Leben, weil es einfach schön ist. Ein Tag wie heute, die Sonne scheint, der Schnee ist draußen, mit der Prothese höre ich den Schnee unter den Schuhen knistern, mein Hund ist da. Toller Tag, schönes Leben. Vieles hat sie schon erreicht, doch einen Wunsch gibt es dann noch. Eigene Kinder. Ich bin für mich persönlich, aber das sieht jeder vielleicht anders, davon überzeugt, dass wenn man bereit ist zu sterben, es ganz einfach ist, weil es, glaube ich, wirklich nur so ein Ein- und Ausatmen ist. Schlimm ist natürlich der Weg dorthin und ich kann mir auch vorstellen, dass nicht jeder in seinem Leben bereit ist zu sterben, weil man Kinder hat oder Freunde oder noch irgendwas vorhat. der Tod an sich hat für mich seinen Schrecken verloren. Vor zwölf Jahren verändert ein ungewöhnliches Erlebnis das Leben von Rita Groß. Die Lehrerin leidet zu dieser Zeit an schweren Depressionen. immer häufiger überkommt sie der Wunsch, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Vor zwölf Jahren war ich sehr krank und wollte auch nicht mehr leben. Ich habe Tabletten genommen, was mir heute sehr leid tut, aber ich habe auch eine sehr interessante und für mich sehr prägende Erfahrung gemacht in dieser Zeit. Gemeinsam mit ihrem Mann pflegt Rita Groß Ende der 90er Jahre einen geselligen Freundeskreis. Doch niemand bemerkt die seelischen Qualen der damals 42-Jährigen. Als ihr Mann morgens das Haus verlässt, nimmt Rita Groß eine Überdosis Beruhigungsmittel. Ich hatte Depressionen und ich war eigentlich überzeugt davon, dass ich nicht wert bin, die Luft hier auf der Erde zu atmen. Ich war auch überzeugt davon, dass keiner mir eine Träne nachweinen würde. Mein Mann, der mich eigentlich ganz lieb und gut versorgt hat, der hat sicherlich auch sehr unter dieser depressiven Verstimmung von mir gelitten. Ich war aber überzeugt davon, dass ich eben nur eine Last bin und ich war auch überzeugt davon, dass ich allen Menschen, die mich gern haben und von denen ich weiß, dass sie sehr gelitten haben in dieser Zeit, ich war überzeugt einfach davon, dass die nur froh sind, wenn ich nicht mehr da bin. Der Mann von Rita Groß alarmiert den Notarzt. Die Ärzte haben zunächst kaum Hoffnung, dass die im Koma liegende Frau ohne bleibende Schäden aus dem Tiefschlaf erwachen wird, doch sie überlebt die Überdosis. Nach drei Tagen erlangt die Lehrerin das Bewusstsein wieder und erinnert sich an ein einschneidendes Erlebnis. Ich fühlte mich, nachdem ich ins Koma gefallen bin, in einen blauen Raum gehoben. Ich schwebte in diesem blauen Raum und eigenartigerweise war ich vollkommen intakt, obwohl ich meinen Körper nicht mehr spürte. Ich bin in diesem blauen Raum sehr froh gewesen. Ich fühlte mich warm und umfangen von Freundlichkeit und einem wunderbaren Licht. In diesem Licht nahm ich plötzlich eine Stimme wahr, eine wunderbare Stimme, die mir genau sagte, was ich erlebt habe. Und diese Stimme sagte mir, ich dürfte noch einmal leben, wenn ich mich darauf einlassen würde und ob ich das denn wollte. Und dieser wunderbaren Stimme hätte ich alles versprochen und ich hätte auf jeden Fall immer zugesagt, denn sie umfing mich mit so einem Wohlwollen und so einer Liebe dass ich mich da also einfach drauf einlassen musste und ich sagte ja ich möchte noch mal von vorne anfangen. Eher selten berichten Betroffene von negativen Nahtoderlebnissen. In den meisten Fällen wird die wodurch auch immer ausgelöste transzendente Erfahrung als positiv voller Glück und Wärme beschrieben. Rita Groß hingegen erinnert sich an überwiegend angsteinflößende Gefühle. Ich ging auf einer Straße entlang und wurde in ein Haus hineingezogen und es ging in diesem eigenartigen Haus immer tiefer quasi eine Treppe runter in einen Raum der dunkel war und in diesem Raum begegneten mir eigenartige Gestalten die sehr angsteinflößend waren. Im Nachhinein identifiziere ich diese Gestalten als meine eigenen Schatten meine eigenen Dunkelheiten das war mir aber damals noch nicht so klar. Ich bezeichne diese Phase als zugrunde gehen auf den eigenen Grund schauen und die eigenen Dunkelheiten betrachten. 2010 stirbt Reinhold Eichingers Ehefrau Monika. Kurz nach ihrem Tod glaubt der Finanzbeamte die Anwesenheit seiner verstorbenen Frau zu spüren. Aus wissenschaftlicher Sicht scheinen Nach-Toderlebnisse nichts anderes als eine Art Halluzination. Für Reinhold Eichinger ist das Gefühl real. An dem Morgen als ich früh aufstand ich hatte keine Tabletten genommen keine Beruhigungstabletten kein Alkohol getrunken nichts in der Art fühlte ich mich ungeheuer befreit ich schwebte fast über mir selber kann ich sagen und ich empfand eine tiefe also kaum zu beschreibende Freude und einen tiefen Frieden ich kann es also kaum wiedergeben also in der Tiefe habe ich es seither nicht mehr erlebt und das hielt den ganzen Tag über an auch am Grab selber als die letzten Abschied nahmen also es war meine intuitive Wahrnehmung Monika ist da ich habe sie wahrgenommen ich habe gefühlt sie ist da und sie will diese Trauer diesen Schmerz des ja für viele Menschen schlimmsten Tages der Trauerzeit abhalten von mir ich konnte nicht trauern ich war fast fröhlich innerlich auf jeden Fall äußerlich musste ich natürlich Haltung bewahren am liebsten hätte ich als dann die Menschen am Grab standen und geweint haben ihnen zugeschrieben spürt ihr denn nicht Monika ist da Monika ist angewesend sie lebt es geht ihr gut ein tröstlicher Gedanke zu glauben der Tod sei nicht das Ende diese Nahtoderfahrungen kommen auch ohne eine akute Lebensgefährdung vor sondern sie können auch in besonderen Stressreaktionen vorkommen und sie kommen auch häufiger vor bei Menschen im Umgang mit geliebten Verstorbenen am Anfang ist Reinhold Eichinger verunsichert der Finanzbeamte beginnt an sich und seinen Gefühlen zu zweifeln eines Tages sagte ich mir dummerweise ich weiß nicht wie ich darauf kam weshalb trauere ich eigentlich nicht jedenfalls nicht so richtig ist das vielleicht die Art meine Art zu trauern oder kann ich nicht trauern und dann habe ich mich gefragt habe ich meine Frau gar nicht richtig geliebt im Grunde ein ganz dummer Gedanke denn ich liebte meine Frau über alles und in dem Moment als dieser Gedanke mir durch den Kopf schoss in dem Moment überfiel mich auf einmal todtiefe Traurigkeit für zwei drei Minuten war ich furchtbar traurig und dann auf einmal war diese Trauer wieder weg und mir kam in den Sinn wie Monika jetzt sagen würde siehst du Reinhold du kannst doch trauern aber jetzt lass mal schön diesen Unsinn beiseite und lebt mal wieder normal weiter also diese nicht Wahrnehmung aber dieser Gedanke kam mir in dem Moment immer wieder berichten Menschen von Nachtod Kontakten von dem tröstlichen Gefühl dass der geliebte Verstorbene vermeintlich nahe ist wie lässt sich der Trost aus dem vermeintlichen Jenseits erklären als Halluzinationen starke Erinnerungen oder reine Fantasie diese Frage stellt sich nicht für Reinhold Eichinger muss ehrlich sagen also ich wünschte mir gar nicht noch furchtbar lange auf dieser Erde zu leben ich wünschte mir sie können sich das vielleicht vorstellen sobald wie möglich bei meiner Frau zu sein aber ich denke meine Mutter lebt noch es gibt noch andere Menschen die wären doch traurig wenn ich nicht mehr hier auf dieser Welt wäre und deshalb muss das Jenseits warten an die Universitätsklinik München Großhadern ist seit 1999 das interdisziplinäre Zentrum für Palliativmedizin angeschlossen hierher kommen Patienten deren Erkrankungen nicht mehr zu heilen sind Ärzte und Pfleger betreuen Menschen die dem Tod nahe sind Dr. Markus Schlemmer ist leitender Oberarzt der Station Ich Ich glaube Ich glaube dass eines der wichtigsten Dinge eine Offenheit und Ehrlichkeit ist Wir schulden den Patienten ehrlich unsere medizinische Einschätzung zu sagen und ich höre oft dass Patienten zu mir sagen Mensch Dr. Schlemmer endlich hat es mal einer gesagt ich fühle schon seit langem dass ich schwer krank bin und dass ich vielleicht nicht mehr viel Zeit habe aber sie sind der Erste der mir sagt ich glaube dass sie an dieser Erkrankung sterben werden also eine Ehrlichkeit und Offenheit ist das A und O das zweite aber ist dass man damit den Patienten nicht sagt das war es jetzt wir können nichts mehr für sie tun sondern dass wir ihnen vermitteln wir können ganz viel für sie tun auch wenn wir die Erkrankung die zugrunde nicht mehr heilen können sie können sehr viel dafür tun dass sie nicht leiden dass sie nicht schmerzen haben dass sie nicht Luftnot haben dass sie nicht Angst haben einen Menschen auf seinen Tod vorzubereiten ist eine schwere Aufgabe Dr. Schlemmer nimmt sich an diesem Morgen viel Zeit seine Patientin ist unheilbar an einem Kehlkopftumor erkrankt sie hat Angst dass sich die künstliche Luftröhre durch Gewebeteile zusetzt nur noch mithilfe ihres Computers kann sich die 61 Jährige verständigen die Sorge dass sich einer festsitzenden Borke ersticken könnte das ist der Grund warum wir jetzt die Luft anfeuchten dass das gar nicht erst so verborgt dass das nicht passiert aber das ist natürlich eine Sorge die wir zu Hause schlecht beeinflussen können und ich weiß dass auch ihr Mann ja sehr viel Situation kommt wo er ihnen dann nicht helfen kann wo das vielleicht doch wieder enger wird oder sogar zugeht deshalb denken wir darüber nach ob sie sich vorstellen könnten in einen Ort zu gehen wo 24 Stunden lang sehr erfahrene Krankenschwestern und Krankenpfleger sind was ein Hospiz wäre da haben sie zumindest die Sicherheit dass sollte was akut sich verlegen oder sollte irgendwas sein dass immer jemand da ist der ihnen hilft wir wissen aber dass das ein großer Schritt ist und ein schwerer Schritt ist ist das was 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 sie wo sie sagen das könnte ich mir vorstellen oder sagen sie nee ich möchte es doch nochmal zu hause versuchen zu erfahren bald sterben zu müssen so direkt mit dem nahenden tod konfrontiert zu sein ist wohl der existenziellste moment im leben eines menschen es macht mir schon angst allein das wort das bedeutet ja endstation ist die frage wie man ende definiert das stimmt schon ein hospiz ist auf deutsch übersetzt ein sterbehaus wo menschen hingehen auf dem weg auf dem letzten weg des lebens auch um dort zu sterben ob das das ende ist weiß nicht wie sie darüber denken ich persönlich glaube dass das nicht das ende ist aber sicherlich ist es das ende unserer physischen existenz hier können sich das so ein bisschen in in Worte fassen was ihnen da Angst macht vor zwölf jahren beginnt für die lehrerin rita groß aus frankfurt ein zweites leben schwer depressiv unternimmt sie einen selbst mord versuch mit medikamenten drei tage liegt rita groß im koma an der schwelle zum tod während dieser zeit macht sie eine erfahrung die sie bis heute beschäftigt und ihr leben nachhaltig verändert hat ich befand mich dann ganz plötzlich in einem tunnel und wie auf einem wagen fuhr ich in rasender schnelle in rasender geschwindigkeit durch diesen tunnel hindurch und sah in der zeit mein eigenes leben von säuglingsalter bis zu dem zeitpunkt wo ich auf der couch lag als ich die tabletten genommen hatte also all mein ganzes leben in schwarz weiß wurde vor mir abgespielt ich war aber zuschauer ich habe da nicht irgendwie mit gewirkt und konnte das nur beurteilen weil ich ja sehr unglücklich gewesen war als ich diese tabletten nahm hatte ich also mein leben auch sehr negativ eingeschätzt und hatte gedacht ich wäre eigentlich nicht es wäre nicht lebenswert gewesen aber ich sah in diesem rückblick in diesem lebensfilm dass mein leben ganz ganz viele situationen enthalten hatte in denen ich voller liebe gewesen bin in denen ich sehr gut reagiert habe und ich habe mein Leben ganz neu beurteilt und es war ein gutes Leben ein schönes Leben ein Leben was es sich lohnt auch weiterzuleben das wurde mir bei dem Lebensfilm den ich sehen durfte klar Bei dem sogenannten Lebensfilm gehen Forscher davon aus dass bestimmte Gehirnregionen übererregt sind Der Gedächtnisspeicher wird möglicherweise dadurch enthemmt und es kommt zu einer Fülle von inneren Bildern die als Lebensfilm erlebt werden Ich bekam gezeigt eine Wiese im Nebel ich sah einen Weg der Weg war ganz gerade aber schlammisch und unwegsam mit Geröll mit Steinen mitten auf dem Weg stand ein entwurzelter Baum die Äste und der Stamm lagen umher als wenn ein Blitz eingeschlagen hätte und je mehr ich diese Situation betrachtete desto lichter wurde der Nebel und desto kräftiger wurden die Farben und ganz langsam wie im Zeitlupentempo fügte dieser Baum sich wieder zusammen die Äste wurden wieder auf den Baum herauf gehoben und ich sah vor mir einen wunderschönen geraden Baum der ganz gerade in den Himmel wuchs und mir war plötzlich alles klar ich brauchte auch keine Fragen zu stellen mir war klar das ist mein Leben war zu Ende und mein Leben stand jetzt vor mir und war kräftig und grün der Weg war ganz gerade bis zum Horizont am Ende dieses Weges sah ich ein wunderschönes Licht und es war ein strahlendes Licht ganz weiß aber man konnte es hat nicht geblendet man konnte wunderbar hineinschauen und es zog mich magisch an ich wäre am liebsten diesen Weg entlang gelaufen und zu diesem Licht gegangen mir war aber klar dass ich erst noch mein Leben leben würde und diese Vision durfte ich noch eine ganze Zeit lang genießen und dann war auf einmal wieder Schluss damit und kurz danach bin ich nach meinem Empfinden aufgewacht Es gibt ein paar Phasen die international sagen wir mal als die Hauptphasen eines Nahtoderlebnisses heute dingfest gemacht worden sind das ist ein sogenanntes Tunnelerlebnis das ist eine Lichterfahrung das ist ganz wichtig dabei kombiniert die Erfahrung des Liebens und des Geliebtwerdens das muss man zum Beispiel von Euphorie und ähnlichem trennen das ist eine sogenannte Out of Body Experience ich nehme den englischen Begriff weil er sich eingebürgert hat wir würden sagen außerkörperliche Wahrnehmung oder Außerkörperlichkeitserfahrung und das ist das Erleben eines eigenen persönlichen Lebens Panoramas das ist der Kontakt mit und zwar ausschließlich vorverstorbenen Menschen in einer für uns nicht erklärlichen Dimension und das ist die Rückkehr in den Körper die gefolgt ist von ganz speziellen Veränderungen die auf das komplette spätere Leben dieser Menschen auswirken Rita Groß hat ihre Depressionen überwunden ihre Erfahrung und der Glaube an Gott so sagt sie haben sie positiv verändert in fünf Jahren wird sie pensioniert wenn es soweit ist will sie ihre Geschichte aufschreiben um anderen die Angst vor dem Tod zu nehmen ich würde sowas nie wieder tun es ist nicht in Ordnung sich das Leben zu nehmen aber ich empfinde auch heute diese dieses Erleben als Geschenk und als wunderbare Hoffnung dass unser Leben wenn wir gestorben sind noch nicht zu Ende ist an der Universitätsklinik Großhadern in München bereitet Dr. Markus Schlemmer seine Patientin darauf vor dass sie sterben wird einfühlsam versucht der Onkologe ihr die schlimmsten Ängste zu nehmen und sie zu überzeugen sich für ein Hospiz zu entscheiden die 61-Jährige hat Kehlkopfkrebs und kann nur noch per Computer kommunizieren ich glaube auch ein Leben nach dem Tod in anderer Form trotzdem ist der Abschied vom irdischen Leben nicht leicht das ist klar das ist super menschlich dass wir ja an Dingen die wir hier erleben durften hängen ob das die Berge ist oder der Sonnenaufgang oder Menschen die Sorge dass sie physisch körperlich so leiden die müssen sie nicht haben dass das ein seelisches Leid ist weil sie sagen okay wie sie benannt haben das ist eine Endstation das ist uns sehr klar und das ist uns auch sehr schmerzlich dass wir das nicht wirklich gut machen können ja das ja das dieses aus dieser Welt weggehen für sie schmerzhaft ist aber natürlich auch weil sie wissen dass es für ihren Mann und für ihre Tochter schlimm ist haben sie eine idee ob das ein leben außerhalb von dieser Welt gibt und haben sie vielleicht in den letzten Wochen oder Monaten mehr darüber nachgedacht oder hat sich ihr geglauben oder ihre sicht der dinge dazu verändert das hat sich nicht erst in den letzten Monaten geändert da ich mich schon immer mit tod und leben auseinander gesetzt habe ich kann mir vorstellen nein eigentlich bin ich sicher wir haben viele leben und sind nach verlassen unseres körpers als körperlose energie da das heißt sie sie haben die überzeugung und den glauben das geht weiter das war nicht alles umsonst und das müssen sie lachen ich meine das ganz ernst das erheitert mich dieses es war nicht alles umsonst wahrscheinlich muss man wieder in die schule und teils unnützes zeug lernen das will ich nicht hoffen um gott zu ich würde es schätzen wenn man an die gelernten dinge anknüpfen könnte aber so habe ich es in meinem jetzigen leben nicht erlebt allerdings an gefühlte erinnerungsteile schön ich hoffe nicht dass wir noch mal in die schule gehen müssen schule fand ich nicht so toll sie auch nicht 14 tage nach diesen aufnahmen verstirbt frau wagner schule Untertitelung des ZDF, 2020